Es geschah im Jahr 1141, als ich 42 Jahre und sieben Monate alt war. Aus dem offenen Himmel fuhr blitzend ein feuriges Licht hernieder. Es durchdrang mein Gehirn und setzte mein Herz und die ganze Brust wie eine Flamme in Brand. Und plötzlich erhielt ich einzig in die Schriftauslegung. In dem Psalter, die Evangelien und die übrigen katholischen Bücher des Alten und Neuen Testamentes. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!